Moin Leute, willkommen zurück zu einer neuen Live-Reweaver-Haften-Folge Overwatch mit einem Menschen, der schon wieder Hanse spielt. Toh oder Gott, ich seh. Ich seh dich. Sicher, dass du mich siehst? Aber ich hab fast einen Headshot eingeführt. G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G-G. Ich will nicht. Geh weg. N-N-N-N, da kommt jetzt auch doch bald. Ich bin hier von oben und seh das noch so ein bisschen. Ich muss mich verstecken. Hier bin ich gut. Hier bin ich sicher. Oh, Hanse. Geh doch weg von meinen Eiern. Mercy to Prophine? Was? Wie heißt eine? Es sind so viele Slangs drin. In welchem Spiel ist jeder... Haltüber. Oh, es geht jetzt wieder los. Boah, ist Kranza, Digga. Ist Kranza, ist so eine Scheiß-Map. Die Roboter schieben. Ich bin so verloren. Ich bin so oft diese Maps verloren. Wie oft toppen wir jetzt schon diese Scheiße? Oft. Zweimal, 50.000er Male. Jetzt spiele ich mal Ilari. Ey, nein. Ilari ist gigascheiße. Weil du ja deinen Pylonen hast. Und der mal wieder an die Front bewegt sich ja die ganze Zeit. Also entweder heilt der Pylonen einfach gar nicht. Oder der wird komplett zerstört. Also ich glaube Ilari ist der schlechteste Charakter für den Filmmodus. Und wir können es ja mal versuchen, ne? Kann ich jemand eigentlich heilen, wenn ich auch schlage? Kann ich damit jemand heilen? Ich kann sie jetzt versuchen. Ich glaube, dass ich mehr Heilung bekomme, äh, mache. Als, äh, als Pilot diese Runde. Und ich will sie einfach mal wieder testen. Ich habe sie so lange nicht mehr gespielt. Wir testen, ne? Ey, aber die haben Hanzo, äh, genervt. Die haben ihn schlechter gemacht. Seit vorher Hanzo Headshot und... Ja, das war auch irgendwie klar. Nein, war nicht. Weil die, die könnte ich einfach... Hanzo, Hanzo kaputt machen. Die haben auch Leipzig, ne? Mit dem Scheiß-Scan. Ich habe einen geilen Heilpilom gestellt. Der Heilpilom werde ich lange überleben. Und die haben 5 Hardcounter gegen mich zu fangen. Alter Versage mal mit der Pölber Runde. Ja. Keiner kraft ihn nicht. Wenn die, wenn die keine Hardcounter haben. Und wenn sie die nicht... Äh, switchen in der Art und Weise. Oh, Hardcounter. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich, ich switch. Ich switch. Ich switch. So. Zu wem. Jetzt wird er. Jetzt wird er in den Raum. Ja. Also ich finde, dann wird alles cool. Und dieser Grappling-Trop. Dass er automatisch geht, finde ich... Äh, finde ich richtig scheiße. Kannst du gar nicht steuern. Der geht einfach... Einmal zunächstgelegensten Dings. Finde ich nicht scheiße, Jason. Mhm. Und bei Vido ist geil. Wenn du Hedge-Up machst, ist er halt wirklich so. Das ist halt auch mal. Ah, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Jason, 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 Jason. Jason. Ich hab' gejagt. Ich hab' gejagt. Ich hab' gejagt. Ich hab' gejagt. Ja, hilf mir. Ich hab' von der Mäuer gejagt. Was? Ohne, ich kann dich nicht heilen, wenn er auf einmal 10.000 Menschen hinzu erwischt. Weißt du was? Ich denk' einmal scheiße, aber dann merke ich das so ungewertet Spiel und dann merke ich gar nicht, deswegen nicht heilen. Weißt du? Und dann denk' ich wieder ab. Dann ist das scheißegal, wenn man das Spiel. Weißt du, was hat das für den Job gerne gesehen? Na? Ja, mach' lieber. Ich hab' lieber. Na, man gewinnt doch immer. Man gewinnt doch immer. Erstmal ein und ausatmen. Boah, alter. Der der Bull. Der Bull. Der Bull, alter. Der Bull, alter. Ich hab' old. Alter, die sind nicht so krass. gefangene sonne ich habe 1927 heilung mit der mit der alten gut aber leider keine ahnung ich habe nur live rieber getroffen ich habe wirklich nur live rieber getroffen mehr habe ich nicht getroffen ich stehe einfach hinter ihm und eben so sein kopf ab als hätte ich so besser glaube ich schon gerannt alter er so gestorben ich kenne alles ja das sind gerade kam gerade gar nicht mehr mit ich gehe doch nicht alle weil ich alles geht der cheater ich komme da nicht gehen ich bin tot wie du am meisten wie du mehr schaden haben als zu mir also ja es ist ungewertet und keine rangliste aber trotzdem das ist eigentlich die ganze zeit mit rangliste bleibt mal da oben bleibt man da oben ich gebe dir was ja ja ich glaube hier oben wird der afel kommt ja nicht reden weil wenn ich jetzt wechsel verließe den ding um alle hoch das war es dann bin jetzt kiri co bin der schlechteste kiri co spieler aber scheiß drauf er war einfach er weiß mit dem das ist es gibt die gokauke ich habe immer auch ein welcher ist es einmal akademie live eignis gewesen ich habe dann eine taube und ich habe mal fenster geflogen ich glaube es ist ein zeichnet dass ich das nicht äh ding spielen muss äh bashen boah alter ich krieg ne agression ich krieg ne behinderung von diesem scheiß und heute gerade so schnell weg gerattet und fahrer knopf schon wieder ja hallo wäckin ball ja deine schuld jetzt nicht meine wenn ich nicht sterbe dann dann reporte ich dich gegen die schlösser spieler hättest du jetzt was mit geschlecht gesagt ich hätte ich umgebracht er ist ja voll gehealt worden innerhalb von einer sekunde man kann seine urteilen gut fähigkeit und gamer jason wieder ich schieße einmal auf die reihe ich schieße einmal rein ich habe gleich meine holte also wenn du jetzt mit gehst dann könnten wir gleich da die holte einsetzen ich meine wenn du jetzt mit mit dem team zusammen reingehen weißt du das war nicht gut wie kohol obwohl wäre jetzt das ist die hohle war in ordnung aber wirklich aber die gut passiert sind Niemand von uns. Wir können halt nichts damit anfangen. Wir können halt nichts damit anfangen. Ach so, dass wir doch nur verlieren. Oh, geht doch! Boah, ich, ich... Hier, ne, das war's jetzt. Ich zitsch wieder, ich zitsch wieder. Scheiß, ist mir scheißegal. Boah, ich spawne. Gefühlt. Ich bin irgendwo plötzlich... Maulbar kommt zu mir hin, die deportiert. Und das gehört natürlich auch zu mir. Mir fehlt ja noch vom scheiß Affen zerquetscht. Was ist nachher? Okay. Und grad vom Affen zerquetscht, weil er seine Aggression nicht unter Kontrolle halten kann. Damage ist so auf mich fokussiert, ne. Ich kann das nicht. Also 50% Ult. Also wenn ich noch mal ne Klu Ult rausschauke, dann krieg ich sie nicht mehr. Okay. Du hast überlebt! Gut. Okay. Und wir haben den Roboter. Wir haben den Roboter. Wir brauchen schnell einen... Wo ist... wo ist... Moi... 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 Das drückt schon mal am Arsch. Danke. Okay. Stipp. Boah, ich hasse Cassidy! Ja wem? Will ich? Digga, der... der Brigitte spielt 10.000 Heilung schon bald. Mit der Dude. ich habe ich ja wohl im late game okay wir machen dass wir machen dass wir verlieren kannst irgendwas zu verlieren doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht doch nicht doch alle zum roboter alle mann ich mache diese komische und sterblichkeitskugel der tod ich bin gestorben bitte zumindest zumindest ich habe erkennung für meine ich habe eine erkennung erhalten und schau 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 das an und du willst es leider nicht gestorben wegen der scheiß bubble aber hast du nicht der kids gesehen Tut mir leid, habe ich irgendwie nicht gesehen. Das Heidel wird jetzt abgespeichert? Okay, also du kannst das auch wieder nicht wahr. Okay, es war schon krass. Irgendwie habe ich Bock auf Tank. Kannst du mal kurz umändern? Ja, warte kurz. Boah, ich würde gerade das Heidel anschauen. Das ist aber nichts passiert. Also im Moment nicht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt tut der Rücken weh. Aua. Ich bin alt. Wo mein aimt wir? Wo soll das hier sein? Ach ja. Hä, die sind jetzt gespeichert? Ich habe alles veraimt. Oh, boah. Boah, mir tut der Rücken weh. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich habe noch Brötchen. Ui, ich hatte gerade einfach Highlight gefunden, ja. Früher? Wo ich Mercy war und noch kein Skin hatte für Mercy. Ich habe auch noch immer noch kein für sie. Schon seit, keine Ahnung, mehr als ein Jahr. Ich spiele schon Mercy mehr als ein Jahr und habe noch kein Stil für sie. Aber ich spiele Mercy ja, weißt du? Weil das ist ja schon so seit... Meine Idee ist, es ist ja den nächsten zu holen, dann Prisma zu holen und einfach den Mercy Prisma Skins holen, weißt du? Also, ja, das geht jetzt in Ordnung und so, kannst du machen. Nur, spielst du Mercy nie. Also, ich weiß nicht, so... Bei mir dachte ich so, ok, wen spiele ich von dem? Am meisten und dachte so, ok, Kiko spiele ich am meisten und Kiko ist halt ein cooles Kind. Aber, deswegen, bei dir, also kannst du halt nehmen, wie du willst, aber ich würde halt den nehmen, den du am meisten spielst. Bei Schaden würde ich Genji spielen, wenn ich diesen Stil habe, dann würde ich Genji... Also, bei Tanks hast du halt Arisa, Sigma und das war's. Sigma spiel ich eh kaum. Ja, oh, 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 nee, Junker Queen auch noch, ne? Arisa spiel ich gerne. Also, Sigma, Arisa und Junker Queen hast du als Tank. Als Heiler hast du Mercy, Kiriko, Moira, Anna, Kiriko. Und bei Schaden... Genji, Genji und Tracer. Ah... Ich spiele immer noch am meisten, glaube ich, von Hanzo Genji spiele ich immer noch, glaube ich, Genji am meisten. Na gut, Hanzo spiele ich nie. Hanzo habe ich bis jetzt nicht einmal angefasst. Und Tracer... Also, Tracer, das geht auch sehr, sehr cool. Auf Stufe 4. Tracer... Tracer... Tracer Stufe 4 ist auch geil. Also, Tracer spiele ich auch. Naja, es gab es ja mal eine Folge, wo ich sie gespielt habe, ne? Also, bei Schaden würde ich die Genji empfehlen. Bei Tank... Bei Tank... Bei Tank... Der geilste Skin der... Wiser, ich werde Wiser. Ich feiere irgendwie Wiser. Große Bestie hier sieht so richtig fresh aus, einfach. Die sind so gespielt, dass er Mauga ist. Da kann Mauga in. Wo du das genäßt. Okay, der ist auch sehr, 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 sehr cool. Mauga mit so einem Prismas Skin, wie würdest du sowas einschätzen? Mauga mit Prismas Skin? Guck mal, ey. Du musst ja immer so übernatürlich hier sein. Also, die müssen sie ja noch krasser machen. Mit der Gelegenheit kannst du ja immer Wiser spielen, Jason. Und ich spiele jemanden, den... Willen kann Wiser unterstützen. Tobian. Kannst mir sagen, was du willst, aber Tobian. Nein, nein. Oder Bershon, Tobian oder Bershon. Ja, sie machen so, ja. Schau mich an. Du rennst rein, ja. Bist einfach wohnt bei uns so und machst deinen Ult. Ja. Alle werden hineingezogen. Gleichzeitig, oder ein bisschen davor, mach ich meine Ult. Und schießt, kommt alles auf dich. Ja. Alle Gelegenheit sind hier drin, können sich nicht bewegen. Meine Artillerie kommt auch noch drauf. Und wir machen Pettakel, okay? Und haben beide ein krasses Highlight. Ja. Es ist ein Plan. Aber ich muss ein bisschen vorher machen. Du weißt ja, wie lange es mit Bershon dauert und es hier sind. Ganz ehrlich, ich habe mir gerade deine Sachen angeguckt. Na, der Waffenstil. Ja. Na, Brigitte. Ja. Oh, ich bin fast tot. War weg. Komm raus. Ich war auf Uils. Und warte, bis du es hast. Oder du hast wieder zum Waffenstil. Alter, die haben extrem guten Damage. Junge, ich habe mir gerade den Arsch gerettet, als du gesagt hast, du wärst fast tot. Warte. Ich bin gerade davor gesprungen, wie so ein Soziopath. Also die haben extrem, extrem guten Damage. Ob ich der aber meint. Also für Wiser bin ich eigentlich ziemlich guter Überlebenskünstler mit Wiser. Äh. Nö, du bist reinhaft. Weiß. Weiter. Oh mein Gott, wir haben ihn alle zusammen angegriffen einfach. Oho. Ich habe einfach... Ich wusste, dass er oben kam, aber ich habe einfach drauf geschossen. Und er habe mich gleichzeitig abgeschossen. Und als ich blasht bin, habe ich mehr Leben als er. Es war einfach nur ein Duell inzwischen. Ich habe auch immer den Punkt allein geholt, Leute. Also ich stehe hier einfach drauf und schieße. Und ich fresse hier die ganze Zeit Brötchen von meiner Arbeit. Ich habe auch den Großbruch gegessen, weil ich noch nicht einkaufen war. Aber du weißt ja, dass es morgen ist. Deswegen weiß ich nicht, ob ich morgen einkaufen kann. Kannst du doch. Den können wir ja danach noch bisschen zählen. Aber du willst halt nachmittags gehen. Und nachmittags ist halt extrem scheiße, weil nachher will ich ja Sachen machen. Sonst hat ich halt nicht, weil... Oh, Erfolg, Erfolg. Oh Gott, Erfolg. Vielleicht Schutz. Ich habe euch. Ähm... Ja, du bist ja da. Weil jetzt... Wir können halt morgens oder abends... Aber du bist ja einfach da. Da bist du scheiße irgendwie. Und wenn ich noch in die Stadt will oder was anderes... Kann ich halt aus dich. Äh, wenn du gleich Ult hast, sag ich Scheid. Aber ich muss das. Ich muss das machen. Was ergänzt du, was ich jetzt hier tue? elles leurs sterben. Ich bin totes. Alles was zu Sorry. Ich bin totes. Ja, erst mal Ich bin totes. Ich muss auch mal sterben. er er hat er hat er hat man dann machen und in einem normalen die bürgermeister Prozent dieser zerstreut aber war doch ein bisschen ja ein bisschen aufspaar hallo heilung bist du da wir haben alle unsere holt außer mercy sein eingesetzt aber irgendwie war das auch klar dass er so was durchzieht weißt du aber aber an sich vermutet oh mein gott hier habe ich gerecht und theoretisch wer wäre es geil sind ja so hat auch kommt sogar die meister von an oder warum habe ich keine heilung noch fünf minuten du kannst noch ein bisschen schild das ist ja schon klar nach nur noch hat doch ans ist gerade auf den ziel wo er die einer was die einer gerade Mercy. Oh scheiße. Oh, wer hat denn mich getroffen? Ich stand 5.000 Meter hinter dir. Gut. Ich hab das zuerst holt. Oh, schöne Granate. Schöne Granate von mir. Ich hab alle getroffen. Oh, wir spielen das grad so schön. Du kannst Gold machen, wenn du willst. Habe ich noch nicht. Okay, wir warten kurz. Gleich, wenn du hast, dann sag Bescheid. Aber auch wenn du... Mach! Ja, das ist nur einer. Händen wir aber nix, wenn ich wegen einer einsetze. Er hat mir sogar gekehlt, der. Okay, Pino. Das war ne. Ich hab's doch nicht gewonnen, aber es war schon immer sehr gut, ne? Eine sehr, sehr gute Runde. Das war die Weiser Runde, El Cantor. So, ich geh jetzt mal offline, ne? Für heute. Oh, nein, nein, Jason. Warte, 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 warte. Achso. Ja, gut. Auch gut. Da hab ich die Wand geschossen. Das hat man nicht gesehen, oder? Ich hab eigentlich die Wand angeschossen. Plötzlich dieser Tod umgekippt. Äh. Ich bin doch kein Cheater, aber okay. Ich geh dann erstmal auf, dann für heute, ne? Ah, hast du dich schon beenden? Noch nicht. So, das war's mit der Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis nächstes Mal. Haut rein und... Tschau.